Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben, aber insbesondere auch bei denjenigen, die nach unserem fairen Wettstreit mir die Hand gereicht haben und deutlich gemacht haben, dass wir jetzt gemeinsam in eine Richtung laufen. Wir wollen, dass jemand aus unserem Stall nächster Kommissionspräsident wird. Lieber Manfred Weber, wir stehen fest an deiner Seite. Wir kämpfen für dich. Schreiben Sie den Menschen in Deutschland ihre individuelle Mobilität nicht vor, sondern lassen Sie Freiheit in Deutschland und nicht Verbote. Wer sein Vaterland weiterentwickeln möchte, der steht ein für ein Europa der Chancen und nicht der Verbote, liebe Freunde. Deswegen werden wir kämpfen, werden wir anpacken, werden wir Europa besser machen und dementsprechend viel Spaß bei diesem Empfang und gute Gespräche. Danke für euer Engagement. Und jetzt Party! 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 Untertitelung des ZDF, 2020